Weil sonst wird es ein ziemlich lautloser Abstieg, weil ja immer alles so toll war vor dem Berlin-Spiel. 119. zum Video vorm Spiel gegen Wolfsburg am Samstagmittag. VfB Schuckert, das sind wir. Wir kennen den Fangesang und mal gucken. Je nachdem wie die Stimmung gegen Wolfsburg kippt, vielleicht hören wir den Fangesang auch mal wieder, was ich eigentlich sagen will. Erstklassig am Sonntag oder noch höher als Erstklassig waren mal wieder nur wir Fans. Man kennt es. Wir haben ein Vollgas hier eben in Berlin. Pyro-Stimmung. Es gibt auch ein sehr, sehr geiles Kanzler-Covid-TV-Video. Mittlerweile auf YouTube sehr geiles Ding. Also an uns lag es noch nie. Auch am Sonntag nicht generell gute Stimmung gewesen. Auch Berlin sehr stark. Aber auch unter meinem Vlog sehr viele Berliner Kommentare gehabt, die sehr, sehr nett waren. Auch über Stimmung und dass wir drinbleiben und so weiter. Also es war sehr, sehr geil. Und auch nochmal einen dicken, dicken Dank. Es hat auch seine Runde gemacht, vor allem auf Twitter. Vielen Dank für den Rage-Talk von Ricky beim STR-Stream. Absolute Hörempfehlung. Und wir bleiben thematisch beim Fußball. Aber eine kurze Pause darf ich zum ersten Mal einen Sponsor für ein Video vorstellen. Top 11. Ein kostenloses Fußball-Management-Spiel. Wie gesagt, gibt es überall iOS, Android, Huawei, auch im Webbrowser am Start. Ihr habt auch hier unten in der Videobeschreibung einen Link drin, um direkt zum Spiel zu kommen. Runterladen, ein bisschen zocken. Wenn man die Apps erstmal aufmacht, kommt mal rein. Direkt-Tutorial wird mir geleitet von The Special One von Jose Mourinho. Bekommst du einen eigenen Verein, kreierst deinen eigenen Verein und wächst diesen eben weiter. Mit Trikots, mit Wappen. Baust dein Gelände aus. Kaufst Spieler. Machst eigene Informationen. Machst eigene Taktiken und so weiter und so fort. Sehr, sehr nice aufgebaut. Und so gewinnst du Trophäen mit deinem Team eines Tages. Neu eingeführt. Ganz großer Punkt. Auch ganz, ganz geiler Punkt. 3D-Live-Matches. Du kannst eben nicht nur, wie es in anderen Management-Spielen üblich ist, in einem Live-Ticker so ein Spiel verfolgen, sondern kannst wirklich live reingehen. Kannst wirklich reingucken. 3D kannst das Spiel wirklich zugucken, wie im Fernsehen, wie von der Trainerbank aus. Natürlich auch im Spiel kannst du Spieler auswechseln. Formationen ändern, offensiv gehen, ein bisschen mehr Druck machen im Spiel. Ist sehr, sehr nice, wie viele Möglichkeiten man da hat. Man sieht eben alles live vor sich. Man sieht es live vor sich in 3D, in Top 11. Komplettes Fußball-Management-Spiel. Es hat alles, was man so will. Es gibt vier Wettbewerbe. Die Liga, Pokal, Champions League und auch die Super League. Und auch, sehr, sehr geil, man kann eine Freundschaftsmeisterschaft erstellen. Also gegen seine Kollegen zocken in einer internen Liga halt. Ist sehr, sehr geil gemacht. Alle Funktionen, die ein Management-Spiel braucht. Ihr habt den Link in der Videobeschreibung. Zieht euch das Spiel rein. Laden es mal runter. Gebt dem Spiel eine Chance. Und wieder zurück zum Video. Endlich ernste Worte. Ja, ich habe es schon vom Berlin-Spiel gesagt. Ich dachte mir, war das alles über weite Strecken, über viele Strecken der Saison zu Friede, Freude, Eierkuchen. Was auch meistens in der Spielanalyse lief. Gerade auch von Mislintat zum Beispiel. Oder von Materazzo nach den Spielen meistens. Auch vom Spiel wieder. Mislintat wieder mit der Aussage, Worst-Case-Szenario, Relegation. Was halt einfach faktisch nicht stimmt. Du kannst immer noch absteigen. Jetzt endlich mal eine klare Aussage. Das hat mir nicht gefallen, hieß nach dem Spiel. Was er für Mislintat-Verhältnisse, für seine Analyse nach dem Spiel schon verheerend ist. Das ist ja fast ein Weltuntergang, wenn man sowas sagt. Klingt sogar richtig ernst. Eine knallharte Analyse. Das sind nicht wir. Solche Sprüche. Auch Materazzo hat gesagt, das reicht nicht. Dafür gibt es keine Ausreden. Hoffentlich. Vielleicht ja endlich. Man muss einfach nur hoffen. Hat man diesen Tabellenplatz gerafft. Weil sonst wird es ein ziemlich lautloser Abstieg, weil ja immer alles so toll war vor dem Berlin-Spiel. Weinen ohne Leistung. Ich weiß, wir müssen gerade jetzt noch dran glauben und auch alles zusammenhalten. Aber ich war nun mal auch in Berlin und ich muss mich hier auch einfach mal kurz abarbeiten. Ich habe es ja auch noch auf luxuriöse Weise gemacht. Ich bin mit der Bahn hingefahren, hatte ein Motel, habe eine Nacht gemacht. Andere sind mit dem Bus, mit VfB und so Geschichten hingefahren. Oder mit der Nachtbahn zurück. Am Montagmorgen nach Gefühl, keinem Schlaf, noch in die Arbeit. Das ist nochmal auch ein Unterschied. Und dann bekommst du so eine Leistung. What the fuck. Also ernsthaft. Es gab zu Recht, also wirklich komplett zu Recht, Stress nach dem Spiel. Die Fans sind auf die Barrikaden gegangen. Also gerade die ganz unten, die Ultras ganz unten. Von oben gab es auch ein bisschen Applaus. Aber unten der direkte Austausch mit den Spielern war nicht mehr so sachte. Und das war auch absolut verdient. Thomas hat sein Trikot in die Kurve geworfen. Das kam wieder zurück. So ein bisschen wie bei Berlin. Die Trikots abgeben mussten gegen Union. Anton war davon sehr, sehr angepisst. Er musste fast ein bisschen zurückgehalten werden von Mislintat. Auch Becher sind geflogen. Aber ist ja verständlich. Das war eine absolute Nicht-Leistung in Berlin. Ich klammerte auch quasi keinen aus. Da nehme ich noch einen Dinos raus. Von mir auch einen Tommy oder auch einen Endo. Aber das war es dann so. Und dann fangen die da nach dem Spielende an. Ich glaube auch in Kalajic zum Beispiel. Fangen am Spielende an zu heulen. Ist das euer Ernst? Also jetzt mal wirklich ganz offene Frage. Guckt keiner von denen zu. Aber ist das euer Ernst? Weinen können diejenigen, die alles gegeben haben und am Ende jetzt nicht funktioniert. Dadurch, durch das Argument, das ich mir gerade aufbaue, hat sich keiner das Recht erarbeitet am Sonntag, in Tränen auszubrechen. Und das waren auch dann alles keine Tränen, die irgendwie, oh scheiße, wir könnten absteigen. Das waren dann irgendwelche selbstherrlichen Tränen. Kann mir keiner anderes, nichts anderes erzählen. Also, nee, die nehme ich nicht an. Die nehme ich euch nicht ab, diese Scheiß-Tränen. Mache ich nicht. Die einzigen, die da heulen können, sind wie gesagt wirklich die Hardcore-Fans, die mit nach oben nach Berlin sind, die am Montag wieder arbeiten mussten, die die 57 Kilometer, was sie sind, von Schubert aufgenommen haben, auf den Sonntagabend 17.30 Uhr nach Berlin zu fahren und sowas zu sehen. Die können weinen. Nicht die Spieler. Keiner vom VfB hat nach Sonntag das Recht, auf dem Spielfeld zu weinen. Stellt sich von selbst auf. Da haben wir das natürlich das Team genannt, weil nachdem jetzt auch noch ein Stenzel wohl kein Spielmanager machen wird, auch der noch bis zur Saison, in der ausfallen wird, voraussichtlich stellt die sich zumindest mal defensiv komplett selbst auf, würde ich mal sagen zumindest. Müller, Mavopanos für Stenzel auf rechts, Anton Ito in der Mitte, Sosa links und Karasso davor dann wieder und daneben Endo. Bisher auch die Karasso-Statistik, nenne ich sie mal. Wir haben bisher nur Spiele gewonnen, wenn Karasso auf dem Platz stand. Tatsächlich stand bei jedem von unseren sechs Saison-Siegen auf dem Platz. Sehr wichtig, dass er wohl zurückkehrt. Ich hoffe mal, dass da auch nicht mehr irgendwie, dass da kein Strich mehr auf die Rechnung kommt. Ich hoffe, der wird wieder spielen. Neben Endo, der ist auch fest, ist dann eben die Frage, bringst du Mangala, bringst du Führig? Vielleicht sogar mal wieder einen Förster, der so ein bisschen außen vor war. Auch natürlich, ne, verletzt oder Infektion, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr genau. Bin gerade auch dermaßen enttäuscht von Mangala, deswegen weiß ich nicht, ob ich ihn aufstellen würde. Ist ja auch früh runtergegangen dann für TBD. Führig fand ich auf der Acht auch ganz okay, neben Endos. Ich glaube, den würde ich am ehesten da aufstellen. Auf dem Flügel vorne brauchst du den nicht, tut mir leid, ist einfach so, auch wegen der Torgefahr nicht. Tommy will ich auch wieder sehen. Ich glaube nicht dran, dass er den aufstellt von Beginn an, aber ich würde ihn gerne sehen. Neben Endos für mich ein oder wenigen, der noch gezeigt hat, dass er anwesend ist. Dass er Kampf, dass er Spirit hat, dass er irgendwas hat. Der hat immer irgendeinen gewissen Ansporn. Auch immer, wenn er auf der Bank war, selbst im Abstiegsjahr. Der war auf der Bank, der erste, der aufgesprungen ist und mitgegangen ist, wenn eine Chance kam oder so. Der lebt, ob er im Verein lebt, keine Ahnung, aber er lebt auf jeden Fall in Sport. Und das ist wichtig. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Rino das macht. Ich würde es machen, weil eben Mammusch zurückkommen könnte. Ja, weiß ich nicht. Brauche ich gerade auch nicht unbedingt. Tomas hatte auch einen ziemlichen Totalausfall in Berlin, aber dem kreide ich mal gar nichts an. Kommt dann mit seinen 19 aus Portugal per Laie her und soll uns hier vom Abstieg retten auf einmal. Also dem kreide ich gar nichts an. Würde ich auch lieber vorne sehen. Und eben noch Karlajcic. Am Ende kommt es wahrscheinlich eh wieder anders. Mal gucken, ob sich noch irgendwas tut. Pressekonferenzmeldungen, Verletzungen noch vorm Spiel. Mal gucken, ob sich noch irgendwas tut. Aber so würde ich das erstmal sehen wollen am Samstag. Pflicht gegen Wolfsburg. Ja, wie so oft in den letzten Wochen. Pflicht sich hier, Pflicht sich da. Der Nächste steht vor der Tür am Samstag. Erstmal das noch, was Rino zwei Minuten vor der Kurve gesagt hat nach dem Spiel. Man darf die Wut der Fans auch spüren. Die sind zu Recht sauer. Da wird einem dann deutlich, dass wir nicht nur für uns und unsere Familien spielen, sondern für eine ganze Region. Und genau das ist es. Die Situation raffen und alles auf den Platz lassen. Weil die spielen am Ende des Tages. Ich bin jetzt kein Verfechter davon zu sagen, die sind eh schon bei dem und dem Klub mental und da, da, da. Und das ist die große Ausrede und so weiter. Und deswegen spielen die auf einmal Scheiße. Wird schon irgendwo mit reinfließen bei den Leistungen, ist klar. Aber bin ich so ein Verfechter von quasi das alles auf sowas zu schieben. Aber es stimmt halt einfach am Ende des Tages, wir werden die nächsten 50 Jahre noch Fan sein von dem Klub. Hier wird kein einziger Spieler mehr die nächsten zwei, drei Jahre da sein, gefühlt. So ein Kalajic, ein Mangala, ein Sosa, die sind alle vermutlich im Sommer schon weg. Aber gerade die sollten auch mal raffen, dass es eben auch um den Klub geht und nicht nur um persönliche Weiterentwicklung, um persönliche Karriere. Und wir wissen ja auch, dass es geht. Wir haben die kämpferischen Spiele gesehen. Gegen Mainz noch außerhin ohne ins 2 zu 1. Gegen Gladbach und Augsburg da hintereinander quasi die zwei gedrehten Heimspiele. Da war Leidenschaft da. Da ging was. Und seitdem ist irgendwie wieder komplett was verpufft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auch in Sachen Chancenverwertung, in Sachen Chancen kreieren und eiskalt sein. Letzte drei, vier Spiele kein Tor mehr geschossen. Ich glaube auch aus dem Spiel heraus nichts mehr geschossen. Kalajic war den Elfmeter in Bielefeld. Da ist irgendwas passiert nach diesem Gladbach-Spiel, äh Augsburg-Spiel. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Oder von mir aus noch Bielefeld mit rein. Irgendwas ist danach passiert. Gute Statistik haben wir gegen Wolfsburg zu Hause. Prognose brauche ich hier auch nicht groß aufzustellen. Mir ist jedes, jegliches Ergebnis völlig egal. Auch die Statistik heißt halt wie immer nichts. Die Hütte wird komplett voll sein oder praktisch voll sein gegen Wolfsburg. Für Wolfsburg geht es auch um absolut nichts mehr. Ja, die haben sich jetzt auch aus ihrem Abstiegskampf rausgekauft im Winter. So, das ist ein kompletter Söldner-Klub. Das ist, ja, als ob die da mit irgendeiner Einstellung in das Spiel reingehen werden. Die haben jetzt so einen hohen Runde gehabt, in Dortmund aufs Maul bekommen, gegen Mainz zu Hause gewonnen. Vielleicht auch auswärts ein bisschen anfälliger als noch zu Hause. Die Wölfe, ist auch egal. Wie gesagt, auch die Statistik, dass wir zu Hause gegen Wolfsburg gut sind, ist auch völlig egal. Das ist einfach ein Pflichtsieg am Samstag, um wenigstens die Relegation festzumachen. Und dann war es das von diesem Video. Ich mache noch ein extra Video zum Thema Relegation und auch zu Parallelen zum Abstieg 2019. Bedankt für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.